Hey Leute, was geht heute? Willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute Leute, werden wir uns auf jeden Fall den neuen Brawler Bell kaufen. Und zwar Leute, ich bin jetzt schon bei der Stufe 27 und auf jeden Fall, ich habe mir eine Karte gekauft. Und auf jeden Fall Leute, ich werde mir jetzt die letzten drei Stufen auf jeden Fall holen. Hier ist der Brawler, auf jeden Fall, den werden wir heute bekommen. Und hier könnt ihr auf jeden Fall sehen, wie viele Boxen ich gespart habe. Ich werde die Save of Power 7 oder so haben. Und auf jeden Fall Leute, ich würde sagen, ich habe mir auf jeden Fall schon Gems aufgeladen. Und ich würde sagen Leute, wir kaufen uns auf jeden Fall hier jetzt die Stufen. Let's go. Okay. Lol, das fehlt noch eine Stufe. Ja, okay, dann würde ich sagen, wir kaufen uns auf jeden Fall mal schnell Gems. Und dann fangen wir auf jeden Fall an, den Brawler so zu upgraden. Und ich würde sagen Leute, wir holen uns jetzt hier erstmal die Gems. Und Leute, ich muss ein bisschen leiser reden, weil ich bin gerade in der Nachhilfe nebenbei. Und auf jeden Fall, wir haben uns hier jetzt auf jeden Fall den neuen Brawler Bell gegönnt. Und let's go, auf jeden Fall, wir haben den einfach nice, nice Leute, auf jeden Fall. Wir haben auf jeden Fall den neuen Brawler Bell, der ist auf jeden Fall sehr, sehr nice, Leute. Auf jeden Fall, ich werde den richtig, richtig hoch pushen, Alter. Ich höre es euch, Leute. Und auf jeden Fall, wir haben jetzt auch die 1000er Quest mit der. Und ich würde sagen Leute, wir können auf jeden Fall jetzt mit dem Upgraden beginnen. Und ich habe auf jeden Fall viele Boxen gespart. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal direkt an, auf jeden Fall. Und wir holen uns noch diese andere Teil für diese andere Powerpunkte. Hier nochmal. Okay, nice, nice, Leute. Auf jeden Fall, wir holen uns jetzt hier ein paar Münzen. Habe ich noch welche? Ich glaube nicht. Okay. Dann würde ich sagen, fangen wir auf jeden Fall an mit den Bigboxen, Leute. So, auf jeden Fall, nice, nice, nice. Okay, bis jetzt habe ich zweimal schon mal was für Bell gezogen. Okay, diesmal nichts. Jetzt wieder? Ne, auch nichts. Schade. Tut mir leid, Mr. Nest. Okay, nice, auf jeden Fall. Okay. Sieh, mein... Ach, Digga, komm, gönn doch. Ah, nice, wir haben wieder was für Bell gezogen. Ich glaube, wir werden die wirklich auf Power 7 mindestens haben. Auf jeden Fall, auf welcher Powerlevel haben wir die? Oha, wie hoch haben wir die? Digga, wir haben die schon mal auf Power 6. Fast. Okay, ich würde sagen, wir öffnen mal die restlichen Boxen. Let's go, auf jeden Fall. Wir ziehen wieder was für Bell. Tschö, leg. So, kommt, die Brawlbox, gönn. Das war, glaube ich, die letzte Brawlbox. So, auf jeden Fall, leider wieder nichts für Bell gezogen. Wir haben die immer noch auf Power 5. Gleich haben wir die auf Power 6, Leute. Das ist mega, mega nice. Okay, ich würde sagen... Ah, ne, das war doch nicht die letzte Brawlbox. Okay, tschö, leg. Dann würde ich mal sagen, komm, wir machen mal alle Boxen jetzt leer. Mal hoffen, dass wir die mindestens auf Power 7 haben. Okay, okay. Wir haben die jetzt schon mal auf Power 6. Auf jeden Fall. Tschö, leg, tschö, leg, Leute. Sehr, tschö, leg. So, wir haben, glaube ich, noch zwei Boxen. Wenn ich mich nicht täusche. Ja, wir haben, glaube ich, noch zwei Boxen. Auf jeden Fall, die erste Mega Box ist am Start, Leute. Let's go. Okay, hier ist auf jeden Fall die zweite Box. Tschö, leg, Leute. Sehr nice. Auf jeden Fall, hier ist noch eine Mega Box. Sechs verbleibende vielleicht. Okay, nee. LOL. Digga, wir haben bei fünf verbleibende was gezogen. Star Power für Dynamike. LOL. Nice, 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 Leute. Alter, geil. Wir haben einfach die Star Power von Dynamike gezogen. Okay, auf welchem Power Level haben wir? Oh, wir können die noch nicht upgraden. Ernsthaft, Digga. Okay, dann würde ich sagen, wir holen uns, glaube ich, einfach mal das Angebot von, also für Belle, damit wir sie upgraden können. Ich würde sagen, ähm, gibt es hier noch etwas, wo man sich Powerpunks holen kann? Nee, okay. Ja, dann würde ich sagen, hole ich mir einfach diese 89 Gems und dann können wir auf jeden Fall auch loslegen. So, ich hole mir auf jeden Fall hier die Gems. So, nice, nice. Auf jeden Fall, Leute. Wir können einfach gleich den Brawler schon auf Power 7 haben. Das ist mega, mega wild. Okay, dann würde ich sagen, nice, Leute. Auf jeden Fall, wir haben hier uns auf jeden Fall jetzt die Gems auch gegönnt. Okay, let's go. Wir haben auf jeden Fall hier die Gems uns gegönnt. So. Drei, zwei, go. Was? Ernsthaft? Wegen vier Gems willst du mich gerade... Alter, ist es dein fucking Ernst, Mann? Ich habe nur sieben Euro Guthaben. Alter, es ist doch nicht dein Ernst. Ich habe jetzt extra die Gems gekauft. Ach, egal. Ja, Leute. Hauptsache, wir haben die Star Power für Dynamite gezogen. Ansonsten würde ich es auch sagen. Das, was mit dem Video... Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, der Abonnie nicht vergessen, Leute. Damit ihr keinen weiteren Video verpasst. Und, Leute, ich werde heute Abend wahrscheinlich ein Lack zu machen, wo ich Bell auf 500 vielleicht probiere zu pushen. Auf jeden Fall sehr, sehr nice, Leute. Und, Alter, ich habe schon drei Brawler-Max. Also, ich kann nichts mehr für den ziehen. Wild, wild auf jeden Fall. So, Leute, ich würde euch auf jeden Fall sagen, wie gesagt, das, was mit dem Video... Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, der Abonnie nicht vergessen. Ciao.